Nein, nein, ich mochte das Gedicht nicht. Bohne? Hey du, ja, ich rede mit dir! Hallo da! Ey, die magische Bohne! Kein Grund, sich aufzuregen! Ah, ich könnte deine Hilfe gebrauchen! Aber hey, wenn du mir was Gutes tun willst, äh, pflanzt mich irgendwo ein! Der andere auch nicht, aber... Schau mal! Die Stadt da drüben scheint ein sehr schöner Ort zu sein, um, äh, Wurzel zu schlagen! Hahahaha. Ich wäre dir sehr dankbar! Jämere! Ich kann ja jetzt! Hahahaha! Die verdammte Stadt ist von einer riesigen Bohnenstange hochgehoben worden! Wo ist Mordukai? Ich weiß nicht mal, wie der Typ heißt, den ich im ersten Spiel auch, glaube ich, mal gespielt habe. Ja, drei Ports, wie ist der hier? Ich sage, Jack and the Giants. Ich nehme meine Brutine, kein Problem. Ja, der macht. Endlich schaden. Jack and the Giants, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Da gab es einen Film mit Evan McGregor. Und Eleanor Tomlinson. Ich habe die Katzen geklitscht. Was angelst du gerade? Oh Gott. Okay. Back to Starling Boons. Oh, ich hasse diese schämtliche Abscheulichkeit so sehr. Obwohl ich natürlich komplett eins mit der Natur bin. Hast du nicht vorhin zig von diesen Pilzkerlen ermordet? Oh, das ist das, was handelt. Was war die Not? Auch wenn die Stadt mächtig durchgeschüttelt wurde, schießen die Immobilienpreise in die Höhe. na? Ja? Mach mal die Frise. Egal. Tschüss, Lud. Was nicht wert? Okay. Dieses Wert, die Lud hier. John Wulles Schottkern wird es mal neu in die Hand trocken